Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute geht es, ihr könnt es euch fast denken, in den Cora Großbliederstroff. Denn letzte Woche waren wir ja im Vorback gewesen und da dachte ich mir, gehe ich noch mal in den Cora Großbliederstroff. Das heißt, es ist immer noch derselbe Fahrer, netterweise. Die Strecke ist immer noch die gleiche, das macht aber nichts. Das Wetter ist ebenfalls gleich, aber davon lassen wir uns jetzt mal nicht stören und schauen mal, was uns erwartet. Die Strecke ist immer noch nie. Ich habe das schon mal in den Cora Großbliederstroff. Ich habe das schon mal in den Cora Großbliederstroff. Ich habe das schon mal in der Cora Großbliedstil mit dem Cora Großbliedstil. der war sonst da drüben was ist das denn hier samkau ein teller übrigens weicher als deutschland das habe ich nämlich vorhin in dem anderen gucken wir mal nach tapps 373 das andere geht langsam alle ist zwar noch was da 15 8 Ich hoffe, ob das überhaupt riecht. Das ist gut, lustig riecht. Da haben wir unser Weg erstellt. Unser Wagen? Ja. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für alle Schleckermäulchen von euch. Vielen Dank. Ich stelle doch hier ab. Dann können wir gucken. Ich darf die andere um. 1,70. 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